Hi guys! Samilia ist eh noch im Team. Können wir auch irgendwie eine Abkürzung gehen? Ja, einfach mitten durch. Und dann hoffen wir, wir haben die Tür auf der anderen Seite aufgemacht. Oh Gott, ich glaube, wir hätten sogar noch einen kürzeren Weg gehen können. Ja, doch, das wäre relativ gleich herausgekommen. Passt schon. Vielleicht ist die Kröte jetzt wieder da. Aber dann müssen wir über die andere Seite gehen. Das ist ja schon hier der kürzeste Weg. So, Emilia Gute, guck dir doch mal bitte diesen Brunnen an und sag mir, was du zu sagen hast. Da ist es. Da ist die Welle, wir sprachen. Und hier ist die Pump. Es ist total ein Wreck. Ich könnte es fixen, aber ich brauche die Materialien. Got eine andere Lösung? Ich weiß, wo wir die Spares haben. City Generator in Ophir und Noctis. Es wird ein paar Leute auf, aber... Einige Dinge, die ich mir denke, ist es zu dir. Euer Ernst? Ich müsste wieder in beide Städte... Alter, ich müsste wieder in beide Städte nur, um so einen blöden Generator zu holen? Das nenne ich mal Map-Wiederverwertung. Da sind sie echt große. Große Könige der Map-Verwertung. Wir gucken mal, was unsere Leute hier zu sagen haben. Wir haben sie ja versammelt. Zumindest die, die wir kriegen konnten. Im Moment reden wir noch mit Emilia. Jo, Emilia, was geht? Hallo, Emilia. Ich bin gut, danke. Okay, der hat noch nichts zu sagen. Mit der können wir eh nichts anfangen. Dann... Gucken wir mal. Jetzt sind wir auf vollem Wettbewerb, wir müssen eine Art und Weise verabschieden, um ein Weg zu verabschieden, um die Wichter zu verabschieden, um die Assemble zu verabschieden. Ich habe eine Leid. Es gibt ein Schrecklich-Generer, der hat einen Schrecklich-Generer hat, um die Lache zu verabschieden, die er über Aurora hat. Jetzt ist er nur ein, der mit den Ballen zu nennen, um den Victor der Dichter zu verabschieden. According to him, the Aurora Dowser is downed Shit Creek and may have been booted off his post. If we can prove that General is right, it isn't just some senile old man. Maybe the Army's head honchos will be pissed enough at the Colonel to kick his buns in the sun. We would need hard evidence. I'm almost positive that Dandolo can help us. Noctis sends merchants everywhere, after all. We also have some connections with Technomancers over there. They should be able to tell us what happened. We could try Anton. Aurora's a little far, but there's no place that's safe from Anton's little birds. It's a start. Even if Abundance is run from the top down, members of the Assembly would pay attention to uprisings. Some of your local allies could help you stir up some anger in the masses. The ASC has made their lives miserable for months. People are arrested on a whisper, live huddled in fear. It would not take much to spark the powder keg. It's a good idea, but we can't influence entire populations by ourselves. We'd need allies hidden among the people. Back when I was an artist, I got into some altercations with Assembly members who thought my shows were blasphemy. Maybe it was because I didn't say hail to the shadow 50 times. I can't say for sure. But if we could get them to think that Victor isn't a devout believer, we could get the large religious sect of the Assembly to revoke their support and demand his banishment. Or we could just give them a little nudge in the right direction by making them believe Victor steals relics for his own use. We'd have to stage an elaborate setup, but I like it. After all, a trickster must get what he gives. We'll need volunteers that could pretend to be ASC. The plan is right up Anton's alley. It's possible for Dandolo or the opposition to help us out, too. One last thing. I was told the High Judge endorses all of Victor's decisions, even though I know for a fact that he hates him. Which is more than a bit strange. The Judge is such an honest man. Or if you're in the mood to make a scandal, I've got everything we need. Did you know that Victor employs young women to worm out information on men he keeps tabs on? And I'm not Victor, but I have a feeling he used that info to blackmail these same men. If we can prove it, the Assembly would have a major meltdown. Their beloved Colonel. A pimp. To find evidence of his trafficking, we could look for the orders he gave his goons. Have you seen his hands? Far too immaculate to be doing this dirty work himself. If Anton's letting it happen on his territory, there's probably some kickbacks in it for him. So, since he's not gonna help us, we need to gather first-hand intel ourselves. I could start asking former prostitutes, but... Back in my days as an officer, I ran into a band of girls. And I think this exploited girls topic may interest them. Maybe enough for them to help us. Indeed. How's this? I've heard that a small faction of the Assembly blindly backs up Tector, no matter how crazy the project is. So I believe it almost certainly that their chief of this faction was bribed. So unless we bribe him ourselves, we'll have to silence him. It's not ideal, but I have no way of finding out what dirt the ASC has on that man. We'll have to go without his support, and hope we can get enough voters elsewhere. All these ideas will indeed cut off Victor from his support network. Fine. This is going to sound self-interested, but if we could help the mutants escape from the pen, it would expedite the Colonel's downfall. The people and the Assembly would be outraged to know that after decades of civilized control, Victor was the one who couldn't keep them in check. I'd like to see the Colonel try to justify his mistake of so many slaves, particularly ones notorious for their feeble minds. No, it's not selfish. It's a good plan. We're gonna help mutants in the pen prepare their escape. After a mass breakout like that, his reputation will never be the same. Thank you, all of you for the ideas. Now let's make them happen. Und danach machen wir ihn möglichst schwach und dann wird er zerstört. Es wird nicht mehr lange dauern. Greetings, Zachariah. Rumor is, Aurora's Dowser was deposed. I need to know it's more than rumor though. If it's true, we might be able to convince some members of the Assembly that Victor needs to go. Even though I don't like the idea of continuing the conflict between Abundance and Aurora, that has caused so much suffering. If it's what needs to be done to dethrone Victor... I have a few contacts among Aurora's Technomancers. They're not quite brothers, but they're at least like cousins. And I've heard their messengers nearly always follow one particular shadow path. Let me show you. This one here. If you go, you may be able to stop one of their couriers. If the news you're expecting is as important as you say, I'm sure it will be in the documents they are carrying. Thanks, Melvin. Merci. Zachariah, I've received a message from Dandolo. He has some information on the disappearance of Patience. Really? Did he learn where he was taken? The ASC had him locked up in an old dome near Ophir. In his message, he says that it's a dome that Technomancers used to use. Does this sound familiar to you? Hard to forget. Yes. That's where initiations would take place before a Mantis destroyed everything. We'll have to go free him. The place must be teaming with soldiers fighting for Victor. But we can't leave the old Technomancer in their hands. Duans von Victor. Jetzt wird er niedergemacht. Ja, ich bin ein bisschen in Ekstase. Ich habe jetzt richtig Bock. Ich bin auf羽ant alles zu vermasseln, das man vermasseln kann. So, und Amelio können wir wieder rausschmeißen. Dann hauen wir unseren Mutantenbruder rein. So, was haben wir hier alles? Da haben wir nix, 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 nix. Hier haben wir einiges. Finde Relikte, bla bla bla. Finde Generator Noctus, können wir dann auch gleich machen. Okay, passt. Hier in Noctus haben wir wieder einiges zu tun. So, Relips, du bist ein Technomancer. Du musst wissen, was wir finden können. So, yeah, but the Relics we keep aren't ones I'm gonna use for an operation like this. We need some minor Relics. What's the difference? The amount of information we can get from them. Most of the objects dating back to the settlers are just trinkets. The ones we keep are data interfaces, though. Way too valuable to risk losing. Repent! We won't have access to the Blue Paradise so long as we are not all absolved of our sins. means you came here to wash your soul? I had something else in mind. I'd like to buy back the Relics, I brought to you the other day. What? No, I'm afraid I cannot honor your request. Those Relics represent the blessings that the shadow bestows upon our followers to just sell them away. It would be like selling away my faith. Okay, dann gehen wir wieder. Okay, dann gehen wir erstmal alles andere auf der Map machen und falls, falls wir nicht weiterkommen werden wir hier nochmal ein bisschen nachbessern und dem einfach seine Relicte wieder wegnehmen. So, aber fürs Erste gucken wir mal, ob wir nicht auch irgendwie anders die Relikte kriegen. Jo, was geht? Willkommen, Willkommen! Was ist dein Glück? Was hast du für? ASC-Artfets kaufen? Ich würde mir mal ein paar ASC-Artfets kaufen. Nicht ein einfaches Ding, um zu kommen, aber wenn du bereit bist, zu hoch genug bezahlen. Pfff, das ist doch nix. Was willst denn du? Das ist doch gar nix. Schauen wir uns unser Money an, wir sind stinkreich. So viele, wie ich wollte, aber ich werde das jetzt benutzen. Ja, ja, passt schon, passt schon. Achso, wir müssen ja zwei kaufen, ja, passt. So. In Ordnung gehen wir. So. Jetzt gehen wir hoch zu den Prostituierten, die wir mal gerettet haben. vor den Worry und bitten, die uns zu helfen. Yo, was geht ab, Mädels? Hi. Hi there. How can I help you? I was told the Colonel was using girls. Then you were told the truth. Though saying exploited rather than used would be more accurate. He puts them with guys he wants information from. Who they blackmail. They need to do everything and anything the guys want them to do, too. Real bad things a lot of times. Real. If you have any evidence, it'd help me bring Victor to his knees. Yes, well. The girls had a pimp who'd collect all the info for his boss on a tablet. Write down all Victor's orders. Kinda stupid if you ask me, but most thugs are. So, in case you're not catching on, you steal that tablet, you'll have all the evidence you'll need. The pimp used to dabble in exchange. Careful if you're gonna poke around in there. It was well guarded, if I remember right. Thanks. So, zur Börse müssen wir. Also müssen so oder so nach Office. Ui, die hat noch irgendwas. Okay. Wir können aber nicht wirklich was machen. Was müssen wir dann hier machen? Weiß man nicht. Schauen wir uns mal auf der Map an, was wir hier jetzt tun wollen. Er hat Informationen über die Erpressung von den Black Dahlia's. Das haben wir doch gemacht. Okay. Naja. Was soll's. Vielleicht ist da... Ach, da oben sind sie ja vielleicht. Das kann doch auch sein, oder? Dass sie da sind. Nö, kann's nicht. Okay, passt. Dann halt nicht. Mal gucken, wie viele Bugs wir hier noch haben. Werden wir sehen, wie viel am Ende übrig bleibt. Wird alles gekauft. Wird alles gekauft. Gehen. So. So. Sehr schön. Jetzt haben wir hier oben noch eine Nebenquest. Ah ne, das ist Dandolo. Den wir hier gezeigt bekommen. Aber egal, wir müssen da sowieso hin, also machen wir es gleich, bevor wir den da oben gehen. Der Typ ist echt Gold wert. Was uns der schon geholfen hat. Ich bereue es fast, dass wir ihm immer nur so zielgespalten geholfen haben. Denn der ist echt... Das ist echt ein cooler Typ. Natürlich schaut er immer nur auf sich selbst, aber nebenbei hilft er uns auch ganz ordentlich. Mehr als der Rest. Zechariah, was kann ich für dich tun? Ich weiß, Ophir's administration knows all, Zechariah. Any citizen, any story you're looking for, can be found packed in nice little boxes in their archives. Problem is, Sometimes, those archives aren't really open to the public. Might be able to find a way to sneak in, but might be easier to ask an old mutant from Abundance first. You never know. Thanks for the thought. Not a bad idea. I need your help. I'm trying to compel some Assembly members to withdraw their support for Victor. You have my attention? There's a fraction of Religious Assembly members that would be appalled to learn Victor keeps certain relics for personal use. If they did, it's all but certain that they would drop their endorsements and exile him. And how exactly do you plan to prove that? Oh, just by making Victor's relic collecting a little more visible to the public eye. Imagine a few ASC agents carrying relics, along with orders stipulating that they bring these objects to the Colonel. They're chugging along, until they bump into a group of concerned citizens who insist they bring the relics back to the proper authorities. Ah, so I guess you'll play a concerned citizen while my men dress up as ASC agents. They won't be flattered, but if you provide the costumes, they'll take care of the rest. I am pleased to know that my use of disguises inspired you. Perhaps we'll own a theater together someday. Anyway, you can count on me. I have the relics already. Actually. Okay, naja, good. Da gibt's nichts mehr zu tun. So, okay. Okay. So, mit Noctis sind wir schon wieder durch. Ich bin einfach schneller gegangen als gedacht. Nee, Moment. Da vorne ist noch was. Ach, wahrscheinlich muss ich den Leuten da das Zeug für den Überfall geben. Oder ist das einfach nur eine weitere Quest irgendwie? Außerhalb der Map stattfindet. Nee. Passt. Da müssen wir tatsächlich hin. Okay. Ach, klar, wir müssen ein Teil klauen. Wir müssen ja noch so ein Generator-Teil klauen. Ja, okay, dann halt nicht. Herrgott. Oh, shit. Proof minus eins. Haben sie uns anscheinend gleich beim Klau erwischt. Ach, Mist. Ich hätte einfach das aus O4 klauen sollen. Ich kann mich anscheinend entscheiden, welches nehmen. Ich dachte, ich brauche sowieso beide. Und deswegen dachte ich, es ist ja wurscht, wo ich anfange. Aber die in O4, die wären mir sowieso egal gewesen. Jetzt habe ich halt Beruf minus eins bei denen. Das ist jetzt auch egal. Ich habe ihre Hilfe ja schon bekommen. Von daher, die haben ja schon zugestimmt, mir zu helfen. Wenn ich es mir jetzt bei denen verschärzt, wird es wurscht sein. Oh. Jetzt hauen wir erstmal Emilia Reacher raus. Scott Sieger ist schon wieder gesperrt. Emilia Reacher auch? Alter. Wieso sind auf einmal alle gesperrt, die ich hier reintun will? Ist schon okay. Ist schon okay. So, hier haben wir zwei Quests, die wir nicht abgeben können. Bringen wir Emilia zum Brunnen, damit sie ihn repariert? Ach klar, natürlich. Sowieso. Wir haben ja jetzt das Teil. Dann ab, schnell zum Brunnen.